Nicht nur wir verzaubern uns, auch wir wollen euch verzaubern! Unser Weiberrohrs ist traditionell und das halten wir mit dem Klausi und dem Winninger Schwambräu aufrecht. Wir sorgen für euch mit Stimmung, gute Laune und ganz viel Spaß in euren vier Wänden, mit den erlaubten Personen natürlich. Aber Sparer seid eh doppelt so viel. Macht euch die Arbeit und maskiert euch, denn das sorgt für Ausgelassenheit, Stimmung und das brauchen wir alle in dieser Zeit. Singen, tanzen, lachen, feiern! Wir geben in diesen Stunden zwei Wörter eine andere Bedeutung. Denkt positiv, nicht negativ. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch eine ausgelassene, stimmungsvollen, fröhlichen, unsinnigen Donnerstag auf Nacht. Wir drei und eine ganze Schwabenbrei-Familie. Wir sehen uns auf euch. Wir sehen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal! Ich hoffe Gott, bis zum nächsten Mal! Wir sehen uns bei uns. Wir sehen uns da, bis zum nächsten Mal!